Hallo zusammen! Wisst ihr, was wir heute vorhaben? Ich drehe gerade einen neuen Film, Die letzte Farm auf Erden. Und wir dürfen sie dorthin begleiten. Seid ihr bereit für ein Science-Fiction-Western-Abenteuer? Es ist wirklich unglaublich, wir sind an einem richtigen Filmset. Wahnsinn, das ist genau wie im Comicheft. Es gibt ein Comicheft? Ja, 327 Ausgaben. 341, wenn man dem Blödsinn von Ankauf des Maiskornados mitzählt. Was für tolle Spezialeffekte! Moment, ist das da auch ein Spezialeffekt, oder? Alihannas Raumschiff! Wie schön, dich zu sehen! Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Ich musste eine Notlandung machen. Ich glaube, mir ist der Treibstoff ausgegangen. Schauen wir mal nach, ob wir helfen können. Sieht so aus, als würde es mit Kürbis-Treibstoff fliegen. Sicher gibt es hier irgendwo Kürbisse. Holly, ein Teil der Filmcrew ist auf dem Weg hierher. Wir müssen Ariana schnell eine Verkleidung besorgen. Gute Idee. Also gut, Laila. Es ist an der Zeit, dass wir deinen unglaublichen Sinn für Mode einsetzen. Und zwar schnell! Zum Glück ist Landhaus-Mode gerade der letzte Schrei. Komm schon, Alihanna! Da fehlt noch irgendwas. Perfekt! Du siehst einfach toll aus! Und klein Krabbeln! So, geschafft! Alihanna sollte jetzt genug Treibstoff haben, um nach Hause zu fliegen. Tolles Outfit, Alihanna. Hat's funktioniert? Nicht so wirklich. Wir wurden entdeckt. Und sie wussten sofort, dass ich eine Außerirdische bin. Glücklicherweise konnten wir sie davon überzeugen, dass es sich nur um Spezialeffekte handelt. Super gemacht! Alles klar, Alihanna. Dein Schiff sollte jetzt wieder flugbereit sein. Ich danke euch! Ihr seid großartig! Gibt es hier eine Shawnee Brown? Wir warten am Set auf dich. Das bin ich! Äh, und du da? Bist du nicht die neue Make-Up-Assistentin? Wer? Ich? Du kannst das, Lila! Bin schon unterwegs! Was für ein lustiger Tag am Set! Shawnee und Lila waren fantastisch! Und ich durfte sogar auf dem Stuhl der Regisseurin sitzen. Mädels, ich könnte mal eine neue Berufung gefunden haben. Menschen in Außerirdische zu verwandeln. Die Magie der Filme ist nichts im Vergleich zu den Abenteuern aus unserem echten Leben. Ich bin so glücklich, dass ihr beiden Mädels meine besten Freundinnen seid. Oh, schauen wir uns die Bilder vom Set an.